meine leute seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und ihr seht hier irgendwie habe ich ein bisschen warum experimentiert ihr seht hier auch rechts den chat und videos und mein logo und hier oben schöne figuren die vor der glotze sitzen und dazu lade ich euch heute ganz herzlich ein denn es gibt heute abend um 20 uhr 30 einen youtube livestream laberstunde mit spiegel 45 und ja ich habe ein bisschen rum experimentiert und ich weiß auch nicht wir müssen mal gucken ob uns das gefällt also wir testen das heute mal aus 20 uhr 30 und ich freue mich wenn du dabei wärst und laberstunde mit spiegel 45 sei dabei und hab spaß und ich weiß auch nicht irgendwie müssen wir mal gucken wie das neue design ankommt ich weiß noch nicht ob der chat so gut eingerichtet ist wie er jetzt gerade ist das müssen wir alles mal testen das heißt wird ein kleiner test stream mit einem test laberstream auf youtube ich lade dich auf jeden fall herzlich 21 uhr 30 sei dabei bei der laberei mit spiegel 45 in diesem sinne ab in die renne freunde und bis heute abend ich freue mich auf dich tschau tschau und bis heute abend ich auf jeden fall bitte Vielen Dank.